ähm, guck mal ganz kurz ob draußen, oh, stock, stock, nehm ich immer gerne, stein kann ich momentan nicht ansammeln, äh, stein brauchst du auch so selten, ich wüsste ja eigentlich okay, böser Busch, ähm, hier ist auch noch ein Käfig, ne, das Baumstimme, hier liegt ein Baumstamm drin und ein paar Sticks, scheine vorhin beim Fällen runtergefallen zu sein, doch, ähm, stirbt mich nicht, dann kann ich hier Glamour, hier fehlen noch drei jetzt, und dann fehlen hier noch fünf, acht Stück also, äh, ich würde jetzt mal noch mal ganz kurz Blaubeern sammeln wollen, sollten jetzt wieder reif sein, nee, sind sie nicht, dann halt nicht, dann schwingen wir mal die Axt, und jetzt müssen wir mal ganz kurz, der brennt auch lange, ne, der hält echt lang, ich zünde noch mal an, geht nicht, okay, ähm, jetzt gehen wir mal ganz kurz runter, und dann nehmen wir noch ein paar Stöcke ein, äh, und schauen mal, ob da unten noch einer unserer Wergerischen ist, ach, da war ein Stamm, okay, hier ist auch nichts, okay, da unten ist es eigentlich nicht, was ich brauchen könnte, deswegen, maximal den seine Zähne hier, ich könnte ja theoretisch ja einfach mal, weil ich's kann, ein Affinity aufbauen, kann ein kleines sein, so, Körperteile? Drei Köpfe fehlen, sagt er mir, aber bei den Affinity, ach, da rollt einer, bei den Affinitys bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob das, äh, ob das gespeichert wird mit dem, weil irgendwie hauen die Zahlen dann nicht hin, beim letzten Großen hat's ja auch nicht hingehauen, die kann man auch noch nicht benutzen, deswegen lasse ich den mal, da gibt immer noch drei Köpfe, gell, das wäre aber nur noch ein Kopf, na gut, ich sehe da unten aber schon den nächsten Körper, das heißt, wir haben es gleich fertig, das ist schon mal nicht schlecht, can carry more legs and more ropes, da hab ich wahrscheinlich gerade versucht, das Seil aufzusammeln, so, zöp' man es mal an, super, weil, warum sollte ich es nicht verwenden, wenn ich es habe, dann versuche ich mal hier im Dorf noch einen aufzustellen, vielleicht bringt das auch noch was, B, äh, können wir ja rein theoretisch, das dann nehmen, weil die Arme sind sowieso, also, also, 8 und 2 Legs, okay, Seite kann ich nicht aufheben, ich weiß auch nicht, was sie da macht, dann, wenn, wenn sie nicht aufheben, wenn man, wenn die nicht aufheben kann, dann, äh, schmeißt du die einfach, keine Ahnung, cool, cool, stimmt, es wird auch alles, wie ich seid, jetzt immer, ein Ball brauche ich jetzt wirklich nicht, ich war mir auch um der Herr, sei in der Hütte, in Richtung Stein aufgebaut hat, äh, statt zum Dorf finden, aber, ich möchte jetzt nicht die, Intelligenz der Einwohner hier, streitig machen, oh, eine Platine, hier unten kriegt man, zwei sogar, hier unten kriegt man also immer Platinen, interessant herauszufinden, ich habe es bestimmt bis zum nächsten Mal vergessen, wie fehlten da jetzt hier noch, ich glaube, da findet noch ein Stein, das war es dann, glaube ich auch schon, haben wir nicht sieben, haben wir sieben Arme dabei gehabt, achso, ich kann auch Steine einsammeln, bin die ganze Zeit vorbeigelaufen, weil ich dachte, äh, du kannst keine Steine einsammeln, weil wir da eh keine Steine mehr gesammelt haben, aber, geht ja jetzt wieder, ich glaube, da war noch einer, hier ist doch noch einer, das ist ein kleiner, ich habe jetzt, ich will mich verarschen, so, ja, haben wir so viele, Skalphier, Leg, Leg, Arm, Arm, ich habe keine Ahnung, wo wir die ganzen Arme her haben, vielleicht ist das ein Bug, dass man unendlich viele davon hat, ich kann es nicht sagen, hier war doch gerade schon wieder ein Stein, anscheinend noch nicht, ähm, da liegt auch schon wieder einer, das Kettet kürt gar nicht mehr auf hier, dann mache ich hier einfach mal, pff, also mich interessiert das nicht, dann machen wir hier einfach, ich mache hier nochmal so ein Arm, finde ich hier, wenn wir mal ausprobieren, dann ist es wirklich, er sagt mir schon wieder, ich hätte, sechs Arme jetzt gehabt, äh, das looks like a bug, Moment, ich gucke mal, ob ich hier vielleicht ein paar Steine finde, sieht aber eigentlich so aus gerade, dann gehen wir mal in Richtung Wald, wir müssen eben zwei Sicks noch dazu holen, dann holen wir uns noch zwei Sicks, und dann haben wir es auch fertig, hier ist jetzt, zwei Hütten plus das Ding, ich speichere mal ab, weil wir gerade so viele gebaut haben, hm, abspeichern ist wichtig, ja, ja, ähm, aber ich sehe, keinen Schlitten, siehst du einen Schlitten, also ich sehe jetzt keinen, na, sag mal genau jetzt bitte, ob du jetzt hier einen Schlitten siehst, das wäre jetzt wirklich sehr, hallo, hallo, ein paar Federn, hier gibt es auch Rehe ohne Ende, gell, scheint ein Spawn zu sein hier, okay, ich schlage mal hier ein bisschen wilden Luft rum, aber scheint nichts zu bringen, jetzt probieren wir mal hier dieses komische Stamina aus, Restore Self, Restore Stamina, ja, das gibt es dazu, ähm, erstmal noch ein paar Blaubeeren dazu, um unseren Hunger zu stillen, das Blaubeeren es nicht so viel geben, wundert mich nicht, aber, ich weiß nicht, ob man wirklich, wenn man jetzt hier, wenn man jetzt hier genug, äh, in Fidschis aufstellt, ob dann hier gar keiner in die Gegend kommt, wäre cool, so belesen habe ich mich damit jetzt aber auch nicht, dann baue ich da unten das mal noch zu Ende, jetzt haben wir da eins, da eins, da eins, also, wenn die alle brennen, ich glaube, die müssen auch brennen, ich bin mir nicht sicher, da fehlt mir jetzt anscheinend auch noch ein Arm, da bin ich aber arm dran, muss ich gestehen, jetzt denke ich, ich hätte nicht, dass da bei Baren stehen, äh, ich frage mich jetzt allerdings, wo, wo, ähm, befindet sich jetzt, mein, meine Lockslids, meine beiden, sind die gelöscht worden, fände ich ja leicht scheiße, muss ich gestehen, oder ich habe es wahrscheinlich einfach nur so dumm abgestellt, dass ich sie nicht wiederfinde, ich kann keine Sticks mehr aufnehmen, aber steine kann ich noch ein paar aufnehmen, ich, guck auch gerade mal, ob ich vielleicht, den, brauche ich eigentlich gar nicht stehen lassen, doch, ich kann den Hund stehen lassen, da kann man schon was drauf bauen, aber eigentlich, äh, halten sich die, der kriegt dann wieder so einen komischen, Buck, dass man den nicht sieht, genau wie die beiden, ist jetzt zwar nicht verkehrt, hab schon schlimmere Dinge gesehen, aber, ich kann die Schmerz, da kann ich später einfach mal durch, mal schon hier, wo, ich könnte theoretisch einfach mal genau hier, B, ich könnte theoretisch einfach mal genau hier, eine Rapid Trap bauen, und dann sammeln mich hier den Spaß auf, da liegt noch einer, kann sein, dass es vielleicht so aussieht, als ob es zwei droppt, und manchmal einfach gar nicht zwei droppt, oh, interessant, wirklich, also, ich habe mich zwar, warum hier jedes Mal tote liegen, ich meine, die müssten ja rein theoretisch, wenn sie hier liegen, an uns vorbeigelaufen sein, hallo, das regelt ich jetzt mal nicht, die müssten ja rein theoretisch an uns vorbeigelaufen sein, aber irgendwie, die sind einfach nur da, oh cool, hier sind viele, keiner weiß, wo sie herkommen, aber sie sind da, so, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier, irgendwo, ich kann mir schon vorstellen, dass ja irgendwo hier stand, das Lied, dass er einfach überdeckt wird, mittlerweile von, Urs den Farmen, darum möchte ich gerade mal, mir noch ein paar Blaubeeren reinpfeifen, ich habe hier noch eine, kann ich noch heißen, ähm, und wenn wir da mal hier mit dem Ding ins Gebüsch schlagen, dann kann ich natürlich alles mal hier ein bisschen, das sei denn, da habe ich gerade den Pilz gegessen, ich hoffe, der war gut, das war hier wieder gut, dann ist der auch gut, ähm, da habe ich den Druck aufgesorben, ist, äh, spannende Arbeit, ist, achso, hier ist das, da habe ich das gewundert, hä, minus 14, die laufen hier mit minus 14 Sticks rum, sie sind in, 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 in Sticks schulden, jetzt habe ich hier alles abgemäht, möchte man meinen, aber ich sehe trotzdem keine, Stickies, ich sehe einfach keine Stickies, äh, Stickies, ich sehe meinen Lux, ich meine ich, genug Blätter sollten wir jetzt auch mal wieder, erstmal wieder haben, habe ich den so tief in den Wald reingestellt, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, natürlich ist der erst mal Stickies mit hier noch, habe ich die jetzt aufgesammelt, ich glaube schon, so, hier unten steht er ja auch nicht, gell, nö, wie sieht es denn hier mit den Bären aus, sind die wieder nachgewachsen, momentan noch nicht, was war das denn, mir war so, als wäre ich gerade ein Einwohner hochgespackt, tschall euch, ich kann ja euch nicht töten, ach doch, wo ist immun gegen Stöcker, schon wieder, ich höre doch hier irgendwas, ich werde nicht zufrieden langsam, paranoid, wie auch immer man es nennen möchte, so, dann platzieren wir mal den hier noch, und den hier noch, und dann gönne ich mir einfach gerade mal einen, damit ich fusch und munter ans Werk gehen kann, den ist irgendwie nicht so, wie ich so, ich glaube, die lassen sich nur von hinten spannen, wissen Sie, das ist der neue, den wir gebaut haben, wo ist der, wo ist die Falle, ich habe doch gerade in der Falle gebaut, ich habe hier doch gerade angefangen, eine Hasenfalle, ach da hinten, habe ich schon gewundert, das ist so eine Fahne, dann könnte ich theoretisch mir ja hier so eine Fahne mal hinstellen, Stopp, Standing Fire, das sind alles keine, Stickmarker, Super, dann weiß ich nämlich, dass hier jetzt die Fallen sind, äh, die, doch ja, die Fallen, da ist noch ein Pilz, ähm, da kann man auch, das aufsammeln, can't carry more legs, das hört sich so eklig an, einfach nur, aber ich bin immer noch, verzweifelt, auf der Suche, nach, meinen Schlitten, hier ist einer, die kann man auch essen, glaube ich, ja, hier ist keiner, ich bin verwirrt, ich bin wirklich verwirrt, weil die müssten ja eigentlich noch hier sein, irgendwo, aber anscheinend nicht, ich weiß nicht, was er uns damit sagen möchte, der allmächtige, Crafter of Doom, ähm, was, so, zumachen wir hier die ganzen, achso, das ist der, ich habe mich gewundert, warum der nicht weg geht, ähm, gut, dann haben wir halt keinen Locksit mehr, sondern nur noch den hier, also wir haben schon noch einer, aber noch den hier, äh, dann nehme ich den halt mit, ist mir auch egal, vielleicht holen sich den die Einwohner auch, wenn er draußen steht, so lang, kann auch sein, aber draußen erkennen die ja gar nicht, ich wollte den Pizze vorbeigehen essen, ähm, vielleicht verschwindet er irgendwann einfach, oder geht kaputt, oder, weil er hat ja ein paar Safe Games, hat er mitgemacht, der eine, also so ist er nicht, die haben ja, der hat ja schon mitgemacht, kann sich sagen, keine Ahnung, wir fangen jetzt auf jeden Fall langsam an, wieder hier Holz zu sammeln, das ist ja erst mal die Hauptaufgabe, und dann möchte ich mal mit euch versuchen, ein bisschen von der Map zu erkunden, weil ich habe im Multiplayer-Modus noch einige Orte gefunden, die ich so noch gar nicht kannte, also die habe ich schon mal gesehen, so die großen Bäume und sowas, aber die habe ich noch nie so selbst besucht, und deswegen würde ich gerne mit euch dann noch ein bisschen mal erkunden, mit dahin, okay, so, ich muss noch da mal ein bisschen ruhig sein, weil ich natürlich hören möchte, wir sind doch schon recht nah jetzt im Territorium, wo die ihre Route haben, deswegen will ich da mal ein bisschen vorsichtig, kann ja gut sein, dass es gleich mal einer vorbeikommt, ich weiß nicht, ob ich vorsichtig bin eigentlich, ja, man sollte doch schon vorsichtig sein, auch wenn man so ein Fight bekommt, da war gerade ein Vogel, gut, der ist natürlich jetzt tot, ich kriege immer nur mit dem Schreck, wenn so ein Krrrr ist, ähm, ich habe echt Cheatsos, Ich bin wirklich nicht allein, da sind wieder welche, hey, Jungs, ich will euch was Gutes, glaube ich, Stirb, stirb, guck, sowas mache ich mit deinem Freund hier, da ist ja das ein leerer sein, wo soll man hin, Stirb, 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 oh mein Gott, ich habe ja solche Angst, hat er mir echt zwei, der hat mir zwei Rüstungen genommen, was für ein Arsch, das ist der Kopf, ich kann carry more heads, okay, da hat er mir einfach zwei durchgenommen, äh, stopp, jetzt nicht so, dass ich es gebraucht hätte, oder so, weil das mich das jetzt irgendwie schwer treffen würde, dieser Verlust, aber, die Tatsache zählt, ne, das ist schon, da fehlt noch einer, den haben wir hier noch irgendwo, genau, da liegt er, ich dachte, da habe ich jetzt schon wieder gehört, so, super, ich bin mir nicht sicher, was davon jetzt gespannt ist, und was nicht, ähm, ich zünde mal Freund Blase an, dann zünden wir mal noch, wo ist Großaufwand Blase, da ist Großaufwand Blase, zum anderen, so, und möchte sich ja die, Leute doch vom Hals halten, die Falle hat noch nicht zugeschnappt, okay, da ist ein Pilz wieder, also ich kann man sich prinzipiell eigentlich alle Pilze reinpfeifen, weil, pff, macht jetzt keinen großen Unterschied, so, hier haben wir noch ein paar Baumstämme, dann haben wir da noch einen, und, ich richte hier, ach da, war noch einer, so, der Wind ist auch überhaupt nicht stressig, oder so, ist mega angenehm, okay, ganz kurz hier nochmal durchs Gebäck gehen, ich will, ich will, okay, okay, hier ist der Schlitten, Moment, 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 dann haben wir da noch einen, und, der geht's runter, wüsste ich gar nicht, dann müssen wir nachher gleich mal hingucken, ähm, Schlitten, da ist auch noch einer, oh, dann hier abstellen, wir brauchen glaube ich 8, dann haben wir 7 dabei, ne, wir haben 9 dabei, böser Busch, ok, dann hier noch 2, dann, öh, noch 2, jetzt kann ich da rüberkommen, anscheinend nicht so wirklich, so, hier fehlt auch noch einer, dann nehme ich mir den einen mal gleich noch, der hier ist, na, komm, so, und da haben wir das auch gleich fertig, und dann, C und Z und theoretisch ist es Tag, Fallen sind nicht ausgelöst worden bis jetzt, und wir sind jetzt wirklich auch von hier, ich kann es auch von hier drüber, ich weiß nicht, ob ich von hier eventuell hier rüber kann, habe ich jetzt nicht ausgetestet, so, dann wollen wir mal weitermachen, ein bisschen aufpassen hier, jetzt Baumstäbe sind natürlich ein bisschen unpraktisch, zum Fahren, und dann,